Skodran Mustafi, einer der Fußball-Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft von 2014, wechselt nun zu Schalke 04 in die Bundesliga. Er stand zuletzt beim FC Arsenal in London unter Vertrag. Der 28-Jährige hat laut Schalke bei den Knappen bis zum Ende dieser Saison unterschrieben. Der Verein erklärte, man sei überzeugt, mit Mustafi einen sehr guten Innenverteidiger verpflichtet zu haben. Schalke 04 ist derzeit mit nur 8 Punkten nach 19 Spielen das Schlusslicht in der Fußball-Bundesliga. Der FC Arsenal hatte zuvor auch schon Mustafis Weltmeisterkollegen von 2014 Mesut Özil abgegeben. Nun heißt es in London, man danke Mustafi für seinen Beitrag nach viereinhalb Jahren hier mit mehr als 150 Einsätzen und einem großen Anteil an zwei FA Cup-Pokalsiegen in England.